Die Geschichte von Israel in der Wüste, zweites Buch Moses, irgendwie eine starke Geschichte. Es erzählt von dem Volk Gottes, dem auserwählten Volk Gottes. Noch bevor sie alle geboren waren, waren sie auserwählt, Gottes Volk zu sein. Nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs. Hineingeboren in diesen Bund. Und dann aber gleichzeitig hineingeboren in die schlimmste Sklaverei. Hineingeboren in Ägypten unter die Herrschaft des Pharaos. Und sie haben im Elend gelebt, sie haben geschrien. Gott sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Und bei allem, was sie später sagen werden in der Wüste, wo sie sagen, ja in Ägypten ging es uns doch gut. Sie haben geschrien und Gott hat ihr Schreien erhört. Ihnen ging es nicht gut. Sie waren im Elend, unter der Herrschaft des Pharao. Und Gott hat sich ihrer erbarmt und hat Mose gerufen, den Anführer, den er sich erwählt hat, den er berufen hat. Er ist ein Mann, der durch viele Jahre hindurch erst zu dem Mann geworden ist, zu dem Mann, der demütig war, gedemütigt durch eine lange Zeit des einfachen Hirten-Daseins. Gott hat ihn berufen und hat ihn gesandt zum Pharao und hat diesen Mann befähigt, durch seine Macht, durch seine Kraft, große Wunder zu tun. Dieser Mann Mose, er war ein Mann des Gebetes. Gott hat sein Gebet erhört, immer und immer wieder. Ob er für das Volk Israel gebetet hat oder ob er für seine Feinde gebetet hat. Und er war auch ein Anbeter, nachdem sie aus Ägypten herausgezogen war und Gott sie wunderbar durch das Schilfmeer hindurch gerettet hatte, hat er mit Israel oder hat er dieses wunderbare Lied gesungen. Darüber hatten wir gelesen in Kapitel 15. Und dann hat Gott sie ja, als er sie herausgeführt hat aus der Sklaverei, als er sie befreit hat, wunderbar, ja, durch das Opfer des Lammes, des Passerlammes, hat er sie jetzt hinter sich hergezogen. Er ist ihnen vorangegangen, Stück für Stück, Schritt für Schritt in der Wolkensäule. Er war gegenwärtig. Er ist ihnen vorangegangen. Das ist eine neue Existenz, wisst ihr. Sie haben vorher als Sklaven gelebt und mussten das tun, was der Pharao und was seine Diener ihm gesagt haben. Und jetzt waren sie ein freies Volk. Sie waren vorher sesshaft und jetzt waren sie Nomaden, wie Abraham und Isaac und Jakob, zogen sie umher. Sie sind losgezogen. Sie wussten nicht, welchen Weg sie gehen würden. Gott hat sie geleitet und Gott hatte einen Plan, aber er hat sie dann Umwege geführt, um sie nicht gleich in irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen hineinzuführen. Und er hat sie mitten in die Wüste hineingeführt. Nachdem sie, wie 1. Korinther 10 Paulus uns sagt, im Meer getauft wurden, durch das Meer hindurch gezogen sind, was ihre Taufe war, wurden sie in die Wüste geführt, wie Jesus später sich hat taufen lassen und dann vom Geist in die Wüste geführt wurde und dort versucht wurde, auf die Probe gestellt wurde. So wird hier das Volk Israel auf die Probe gestellt. An verschiedenen Situationen kommen sie in Nöte, in Bedrängnisse, in Ängste und Sorgen und sollen lernen, auf Gott zu vertrauen, in der Wüste, in diesen Herausforderungen, in diesen Nöten, und in diesen Problemen, in die sie von Gott hineingeführt wurden. Gott auch zu vertrauen in diesen Nöten, in diesen Ängsten, in diesen Sorgen, in diesem Mangel, dem Durst, dem Hunger, die ganz existenziellen Dinge des Lebens. Dort auf Gott zu vertrauen, auf Gott zu warten, zu Gott zu schreien. Aber wir sehen, dass Israel sehr schwach ist, geistlich sehr schwach. Wenn ihr Körper geschwächt ist, dann ist auch gleich ihre Seele und ihr Geist geschwächt. Und sie fangen an, ja, Lügen zu glauben. Ja, in Ägypten war es doch viel besser. Wären wir doch da geblieben. Ja, der Tod wäre sogar besser gewesen, als dieses Leben hier in der Wüste. Das Leben hier unter dem Mangel. Sie blenden völlig aus, was Gott ihnen geschenkt hat. Sie vergessen völlig, wer Gott ist und dass er in ihrer Mitte ist, gegenwärtig ist. Sie vergessen, dass sie in ihm alles haben. So wie der zweite verlorene Sohn, der Ältere von den beiden Söhnen, der sich beschwert und sagt, ich habe nie was Gutes gehabt in meinem Leben. Ich musste immer nur dienen und arbeiten. Und der Vater zu ihm sagt, hey, du bist doch mein Kind und du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Sag mal, wo hast du deine Augen? Was siehst du denn? Du siehst nichts von all dem Großartigen, von all den Geschenken, so wie Stefan uns am Sonntag vorgelesen hat, in Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allen Segnungen der Himmelswelt gesegnet hat, in ihm. Wir sind reich. Wir sind gesegnet. Das Volk Israel ist gesegnet und dennoch, ja, es hat auch Mangel. Es hat auch Not. Aber es hat einen gnädigen Gott. Obwohl sie murren, obwohl sie ungerecht sind, obwohl sie Mose die Schuld an ihrer ganzen Misere geben und am Ende nicht nur Mose, sondern auch Gott die Schuld geben an ihrer ganzen Misere. So wie wir es am Sonntag in den Sprüchen gelesen haben. Gott ist gnädig und er macht ihnen keinen Vorwurf, sondern er speist sie. Er gibt ihnen zu trinken, er gibt ihnen zu essen. Und sie haben dieses Manna bekommen und dann haben wir das letzte Mal vor der Winterpause haben wir uns über den Sabbat Gedanken gemacht, der hier dem Volk Israel nahegebracht wird. Ja, Gott erzieht seine kleinen Kinder, seine jungen Kinder, indem er ihnen ganz praktisch den Sabbat erklärt. Er gibt ihnen nicht einfach nur dieses Gebot, ihr sollt also sechs Tage arbeiten, dann sollt ihr am siebten Tag Ruhe halten. Nein, er versorgt sie jeden Tag mit etwas zu essen, was sie sich selber holen müssen. Sie müssen also etwas tun, um einen satten Bauch zu kriegen. Ihnen fallen nicht die Trauben in den Mund. Sie leben nicht im Schlaraffenland. Nein, sie müssen rausgehen und sich das Manna holen. Es liegt dort bereit. Gott hat es ihnen hingelegt. Sie müssen es aber einsammeln. und er versorgt sie alle, alle miteinander, die Starken, die Schwachen, die Alten, die Kranken, die Gesunden, die Jungen. Am Ende haben alle genauso viel, wie sie brauchen. Und dann gibt er ihnen am sechsten Tag doppelt so viel. Und diesmal reicht es für den Tag danach auch noch. Das heißt, sie müssen nicht hinausgehen. Und das ist Gottes Erziehungsmethode, wie er ihnen den Sabbat nahe bringen will. Sodass sie ruhen, dass sie innehalten, dass sie ausruhen. Und wir haben so ein Problem damit. Und ja, es gibt dann diese Sondergemeinschaften, die uns dann sagen, ja, wir müssen wieder zurückkehren, wir müssen den Sabbat halten, das ist Gottes Gebot. Wir müssen am Samstag wirklich Ruhetag halten, wie die Juden. Gott sagt im Neuen Testament, euch soll niemand ein schlechtes Gewissen machen, wegen irgendeinem Feiertag. Das ist nur der Schatten der Dinge. Christus ist der Ruhetag. Christus ist unser Sabbat. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht etwas lernen können von den praktischen Dingen des Sabbats. Tatsächlich dieses Unterbrechen, dieses Aufhören, Innehalten, ist eine unheimlich wichtige Übung in unserem Leben. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo es ununterbrochen läuft, die Nachrichtensendungen, die 24 Stunden am Tag, die News bringen, immer auf dem neuesten Stand, immer den News-Ticker. Corona-News-Ticker. Du wirst wahnsinnig. Du musst aufhören, du musst innehalten, du musst abschalten. Es geht nicht anders. Sonst kommst du nicht zur Ruhe. Und das ist tatsächlich dann was Praktisches. Und das kann man dann tatsächlich praktisch in seinem Leben umsetzen. Das Gerät rechtzeitig abends ausmachen. Ganz aus. Nicht nur auf Stummschalten. Ganz ausmachen. Deine Seele braucht Ruhe. Dafür hat Gott die Nacht geschaffen, damit du schlafen kannst. Schalte das Gerät ab. So wichtig. Schalte den Fernseher. Früher haben wir diese Kindersendung hier, Löwenzahn. Dann hat am Ende Peter Lustig immer gesagt, so und jetzt Kinder abschalten. Abschalten. Gute Sache. Es ist nichts dagegen einzuwenden, mal eine Fernsehsendung zu gucken, mal einen Film sich anzugucken. Das ist alles überhaupt kein Ding. Wisst ihr, wir leben in der Freiheit des Geistes. Aber abschalten können. Gott lehrt sein Volk auf diese Weise. Schalte ab. Komm zur Ruhe. Fahr runter. Ein Tag in der Woche. Beschäftige dich nicht mit den neuesten Corona-News. Ich predige das hier, Jörg Machail. Ja, aber nicht täglich, Stefan. Das ist der Wahnsinn. Echt, wir sind so, wir werden so unruhig. Wir werden so wahnsinnig. Und wir jagen dann Dingen hinterher, die völlig nutzlos sind. Gott sagt, bleib doch zu Hause. Heute gibt es nichts. Und dann jagen wir los und denken, ja, aber vielleicht gibt es ja doch was. Und dann ist unsere Seele abgehetzt und fertig. Und wir sind irgendwas hinterhergejagt, was uns nichts gebracht hat. Gott schenke uns, dass wir zur Ruhe kommen in ihm, in Jesus, in unserem Sabbat. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Was sind wir heute mühselig und beladen? Und auch alle Entertainment bringt uns nicht zur Ruhe. Herr, bring uns in die Ruhe. Lehre uns den Sabbat, so wie du das Volk Israel gelehrt hast. Es hat ja am Ende auch was mit Vertrauen zu tun, Gott zu vertrauen, Gottes Wegen zu vertrauen, Gottes Wegen und Gottes Weisen, Ratschlüssen zu vertrauen und zu sagen, okay, gut, wenn ich mir diese Zeit nehme für ihn, auch am Sonntag oder in der Woche, dann werde ich am Ende der Gesegnete sein. Diese Unterbrechungen wirklich vorzunehmen, nicht sieben Tage, die Woche, 24 Stunden, kein Workaholic zu sein, sondern wirklich innezuhalten. Gott schenke uns das. Wir lesen in Kapitel 16 von 2. Mose, Vers 31. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann. Wir kennen es als Manner, das ist die griechische Fassung. Im Griechischen steht da Manner, im Hebräischen steht da nur Mann. Und wir haben schon gesehen, das kommt wahrscheinlich von diesem Ausruf Mann, Huh, was ist denn das sozusagen? Also, das ist eigentlich ein komischer Name für ein Ding. Und hier wird versucht, es zu beschreiben. Mose gibt sich Mühe, hier das zu beschreiben. Es war weiß wie Koriandersamen. Ich weiß nicht, wer von euch Koriander kennt. Ich weiß nicht. Ich habe Koriander nicht so vor Augen, aber... Und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Also so ein süßes Brot. Gab es morgens immer. Mose nun sagte, das ist es, was der Herr geboten hat. Ein Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und Mose sagte zu Aaron, nimm einen Behälter und tu Mann hinein, einen Gomer voll und stelle ihn hin vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen. Also Gott hat hier Mose aufgetragen, nimm etwas davon, nicht zur Speise, sondern um daran zu denken. Dass die künftigen Generationen etwas haben, wo sie sich immer dran erinnern können. Gott hat die Hungrigen gespeist. Er hat das Volk in der Wüste versorgt, auf wunderbare Weise, eigentlich völlig unmöglich, aber er hat es versorgt. Sie hatten keine Felder, wo sie Weizen oder Gerste oder Getreide, irgendwelches Getreide anbauen konnten. Wie konnte ein so großes Volk von Hunderttausenden von Menschen, wie konnte das ernährt werden, wie konnten die essen, obwohl sie keine Versorgung hatten. Gott hat ihnen Tag für Tag dieses Manner. Und guck mal, so sah das aus. So sollte Mose und Aaron dem Volk das zeigen, den kommenden Generationen, auch dann später, sollten sie das vor Augen haben. So hat Gott uns versorgt. Wisst ihr, und das ist genau das, was wir hier machen. Das Abendmahl ist das Gedächtnismahl. Jesus hat gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Das ist hier vor dem Herrn, sozusagen unser Erinnerungsmanner. das hat Gott für euch getan, um euch zu retten, um euch zu erlösen, sagt Jesus. Das habe ich für euch getan. So haben auch wir ein Manner zur Aufbewahrung. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte ihn Aaron vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Ja, es wird wahrscheinlich so gewesen, als sie das Heiligtum gebaut haben, nach Gottes Anweisung, dass sie tatsächlich eben diesen Krug mit Manner dorthin gestellt haben, in das Heiligtum hinein. Wie der Herr dem Mose geboten hat, dieser Ausdruck kommt sehr häufig in den kommenden Kapiteln, auch immer und immer wieder. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so taten sie es, so stellten ihn Aaron vor das Zeugnis. Gott spricht und er möchte, dass das, was er sagt, für uns so wichtig ist, dass wir es auch tun. Und die Söhne Israel aßen das Mann 40 Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen das Mann, bis sie an die Grenze des Landes Kana ankamen. Der Gomer aber ist ein Zehntel vom Efer. Hier wird nochmal schön Mengenmaßlehre gehalten mittendrin hier im Wort Gottes. Und das Efer ist ein hohes Maß von etwa 20, gut 20 Liter. Also ein Gomer, gut zwei Liter. 40 Jahre lang hat Gott das Volk Israel versorgt mit dem Mann. Jeden Tag war es da. Immer war es da. Sie konnten sich darauf verlassen. Also der Hunger ist gestillt. Das Brot des Lebens ist da. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu können sie es essen. Und am sechsten Tag ist doppelt so viel da für den siebten Tag, dass sie am siebten Tag nicht suchen müssen. Jetzt gehen wir in Kapitel 17 hinein. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste sehen auf nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Wieder kommen sie in Wasserversorgungsprobleme. Sie sind unterwegs nach dem Befehl des Herrn. Sie sind also nicht auf Abwegen. Sie gehen den Weg des Herrn. Sie folgen der Wolkensäule nach, wo sie gerade hinzieht. Es ist nicht so, dass sie ihre eigenen Wege gehen. Nein, sie folgen dem Herrn nach. Und wohin führt der Herr sie an einen Ort, wo es nicht genug Wasser gibt? Was soll das? Warum ist es so, dass ich in diesem Elend bin? Warum habe ich meine Arbeit verloren? Warum bin ich so krank? Warum habe ich keine Ehefrau? Warum bin ich einsam und alleine? Warum geht es mir schlecht? Und die Antwort ist, du hast gesündigt. Deswegen bist du hier im Elend. Das ist die Antwort der Freunde Hiobs. Und leider Gottes haben die Freunde Hiobs oft recht. Es ist oft so. Ich stecke im Elend fest, weil ich vieles falsch gemacht habe, weil ich Mist gebaut habe, weil ich mich selbst in dieses Unglück hinein manövriert habe. Ich selbst bin schuld. Aber es ist nicht immer so. Hier ist es nicht so. Bei Hiob war es nicht so. Nein, in der Nachfolge des Herrn, Jesus hat es auch den Jüngern gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es euch nicht immer happy life gehen. Es geht nicht immer gut. Er hat uns nicht einen Rosengarten versprochen. Nein, er hat uns versprochen, dass es schwer wird. Dass es ein Weg der Leiden ist, die wir mit ihm gehen. Ein Weg der Verfolgung, der Anfechtung. Wenn es mir so gegangen ist, eurem Meister, eurem Lehrer, eurem Herrn, dann wird es euch genauso gehen, sagt er. Ihr werdet es auch nicht haben in dieser Welt, die Gott nicht haben möchte, die lieber die Finsternis haben möchte, als das Licht. Ihr werdet es nicht einfach haben. Ihr werdet immer wieder in schwierige Situationen hineinkommen. Und Gott führt uns also, so wie Jesus nach der Taufe in die Wüste geführt wurde und hungerte und dürstete, so führt Gott uns auch in die Wüste hinein. Und es gibt Tage, es gibt Zeiten, wo wir hungern und wo wir dürsten. Und daran ist nichts Falsches. Das heißt nicht, dass wir munter jetzt hungern und dürsten sollen und sagen sollen, ja, schön, ist gut, gehört sich ja so, kein Wasser zu haben, kein Problem. Nein, wir leiden Not und es tut weh. Wir sind am Verdursten, wir brauchen Wasser. Und Gott lässt es zu, lässt solche Not zu, um sich uns auf wunderbare Weise auch wieder neu zu offenbaren. Auch hier will sich Gott auf wunderbare Weise offenbaren. Es geht aber nicht, ohne dass sie in diese Not geraten. Es ist nach dem Befehl des Herrn, dass sie an diesen Ort kommen, wo es kein Wasser zum Trinken gibt. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Sie gehen zu Mose, er ist ja der Anführer, also muss er dafür sorgen, dass Wasser da ist. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was stellt ihr den Herrn auf die Probe? Irgendwer muss er schuld sein, irgendwer muss es ja, irgendwer muss es doch machen. Sie sollten zum Herrn rennen, sie sollten zum Herrn schreien, wie sie es getan haben in Ägypten. Gott hat ihr Schreien gehört und hat sie errettet. Sie haben so oft die Rettung und das Heil Gottes erlebt in ihrem Leben. So oft haben wir erlebt, wie Gott unsere Gebete erhört hat, oder? Ich weiß es nicht. Kannst du es aufzählen? Wie oft Gott deine Gebete schon erhört hat? Kleine Gebete, große Gebete. Ja, es gibt manche Gebete, die Gott nicht erhört hat. Aber so viele hat er doch erhört. Und so oft hat er dir Gutes getan, ohne dass du gebetet hast, oder? Also, Gott ist doch vertrauenswürdig. Und er erweist sich darin, als unser Gott, dass er derjenige ist, zu dem wir rennen, wenn wir in Not sind. Also hin zu Gott, zu unserem Gott. Er hat sich in Jesus Christus als Jeschua, der Gott, der uns rettet, offenbart. Und das bedeutet, dass es ein zentraler Wesensanteil in ihm ist, dass er der Gott ist, der uns rettet. Oder auch der Gott, der mit uns ist, Immanuel, Gott mit uns. Und er möchte sich als unser Gott erweisen. Er möchte die Liebesbeziehung zwischen ihm und uns, die hat ganz viel damit zu tun, dass er unser Retter ist. Wie Christus, der Retter der Gemeinde, der Retter des Leibes. Er ist der Held, unser Held, der uns immer wieder rausrettet. Und wir lieben ihn dafür. Und er liebt es, uns zu retten. Er liebt es, uns zu segnen, uns Gutes zu tun. Und er freut sich daran, wenn wir in Liebe zu ihm verbunden sind. Eine Liebesbeziehung wünscht er sich. Aber wir sind so schnell, so kalt, so abgebrüht, wenden uns ab. Ja, und dann lässt Gott es zu, dass Situationen entstehen, wo er uns wieder retten kann. Wo er uns wieder zeigen kann, uns aufs Neue, auf tiefe Art und Weise zeigen kann, wie sehr er uns liebt. Und dass er bereit ist, alles zu tun. Ja, dass er bereit ist, sein Leben zu geben, um uns zu retten. Was stellt ihr den Herrn auf die Probe, als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen, ist genauso wie in Kapitel 16 hatten wir, sie werden völlig ungerecht und verdrehen die ganze Sache. Was macht Mose? Vers 4, da schrie Mose zum Herrn. oft sind diejenigen, die verantwortlich sind, diejenigen, die dann auch der ganze Ärger, der ganze Frust trifft. Alle schimpfen auf die Regierung, alle schimpfen auf die Leiter, alle schimpfen auf die, die Kinder schimpfen auf die Eltern oder auf die Lehrer. Was müssen die Verantwortlichen machen? Zurückschimpfen? Zurückstreiten? Nein, sie sollen dann wenigstens zum Herrn schreien. Mose schreit zum Herrn und das ist gut, das ist richtig so. Er bringt die Not seines Volkes, für das er Verantwortung hat, vor den Herrn. Und er sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Er hatte keine Ahnung, was er machen sollte. Wie soll er denn diesem Volk Wasser bringen? Wo soll er das hernehmen? Er hat kein Wasser. Er sieht die Not seines Volkes und er ist gleichzeitig auch voll im Fokus des Volkes. Die wollen ihn, die machen ihn fertig. Er sagt, noch ein wenig, so steinigen sie mich. So ein bisschen kann ich das so nachempfinden, wie unsere Regierenden sich im Moment fühlen mögen in dieser Anspannung, in diesem Druck, in dem sie gerade sich befinden. Noch ein weniges und sie steinigen mich. Ja, der Druck ist so stark, dass Leute wirklich aggressiv werden, gewalttätig. Sie rotten sich zusammen. Noch ein weniges und es schwappt über. Was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun? Und ich weiß es nicht, unsere Regierenden, ja, sie sind, sie fragen die Wissenschaftler. Und es ist ja gut, die haben ja so viel rausgefunden und die wissen auch so viel und die können auch so viel. Aber sie wissen auch noch so vieles nicht über dieses Virus. und du hörst den einen und du hörst den anderen und dann hast du teilweise widersprüchliche Aussagen. was stimmt denn jetzt? Dann stehst du als Regierender da und hast deine Fachleute befragt und sollst jetzt eine Entscheidung treffen, was du machen sollst. Welche Maßnahmen du treffen sollst. Wem, welchem Wissenschaftler sollst du denn jetzt mehr Glauben schenken? Ich wünsche es echt, ich bete es wirklich, dass unsere Regierenden in dieser Situation, unsere Kanzlerin, unsere Ministerpräsidenten wirklich zu Gott gezogen werden und sich zu Gott hin wenden und zu ihm schreien. Was sollen wir bloß tun in dieser Situation? Es wäre so gut, wenn sie das machen würden. Und Gott ist kein Gott, der seine Ohren verschließt, zu denen diese, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist die Verheißung Gottes. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Gott hört das Schreien seiner Kinder. Gott hört. Und er hört nicht nur, er antwortet auch. Er antwortet Mose. Der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Also, leg los, Mose. Geh. Mach Schritte. Bleib nicht stehen. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Du musst aktiv werden. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Gott, was soll ich denn machen? Ja, lass dich einfach Schritt für Schritt führen. Geh. Geh dem Volk voran. Du bist berufen als Leiter. Du bist berufen als Ehemann, als Vater. Du bist berufen als großer Bruder, als große Schwester. du bist berufen. Du bist berufen als der Prophet in deiner Straße, wenn ich das mal so sagen darf. versteht. Warum versteht es nicht falsch? Aber du kennst Gott. Die anderen alle nicht. Geh voran. Nimm einige von den Ältesten Israel mit dir. Es heißt hier Mose, du stehst nicht alleine da. Und du sollst hier auch nicht alleine handeln. Nimm einige von den Ältesten mit. Nimm einige von denen mit, die mit dir gemeinsam stehen in dieser Verantwortung, in der du stehst. Du bist kein Einzelkämpfer und brauchst kein Einzelkämpfer zu sein. Vielleicht gibt es in deiner Straße keinen Christen, aber vielleicht gibt es in deinem Stadtteil einen Bruder, eine Schwester, mit der du zusammen beten kannst. Mit der du zusammen Schritte gehen kannst. Tollen jungen Bruder hier in der Gemeinde, neuer junger Bruder, der irgendwie für den Herrn brennt und ja überall von Jesus erzählen will. Ich sage, ja, das ist gut. Er sagt, ich wollte mir, und er kam, er sagte, irgendwer hat mir erzählt, es wäre gut, den Ältesten das zu erzählen und dafür zu beten. Er wollte für sich beten lassen. Gute Sache. Und ich habe ihm auch gesagt, hey, guck mal, ob du jemanden hast, mit dem du zusammen unterwegs sein kannst. Für Jesus. Das ist eine gute Sache, das ist ein gutes Prinzip, dass Jesus seine Jünger zu zweit ausgesandt hat. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer berufen. Auch in dieser Situation sagt Gott, hey, Mose, nimm dir die Ältesten mit. Mach es nicht alleine. Als Zeugen, als Unterstützung. Als diejenigen, die dich ermutigen können, die dich auch mal zurechtweisen können. und nimm den Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm deine Hand in deine Hand und geh hin. Und das ist ein Stück Ermutigung für Mose hier. So habe ich es gelesen. So sehe ich es auch. Gott erinnert ihn daran. Guck mal hier, nimm den Stab. Und wenn Mose den Stab in die Hand genommen hat, dann fielen ihm diese ganzen Dinge ein, die da passiert sind, die Gott getan hat. Durch diesen einfachen Hirtenstab. Nicht durch diesen Stab, aber während er diesen Stab genommen hat, hat er das Meer geteilt. Er hat auf den Nil geschlagen und das Wasser wurde zu Blut. All diese Dinge, die da passiert sind. Okay, gut. Ich nehme diesen Stab. Du wirst etwas Großes tun, Herr. Das war die Ermutigung. Mose, vertraue. Ich werde etwas Großes tun, etwas Unfassbares, etwas Unglaubliches. Ich habe keine Angst. Okay, gut, Herr. Ich gehe jetzt voran. Ich habe diesen Stab in der Hand. Ich weiß, du kannst großartige Dinge tun. Ich will keine Angst haben. Ich fürchte mich nicht. Du bist mit mir und du tust große Dinge. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Und das ist auch nochmal so eine Ermutigung und Stärkung. Hey, ich bin mit dir. Ich werde mit dir sein an dieser Situation. Ich stehe direkt neben dir. Das ist wie bei so einem kleinen Kind, das irgendwie aufgeregt ist vor irgendeinem Auftritt. Der Papa sagt, hey, komm, pass auf, du brauchst keine Angst haben. Ich stehe direkt neben dir. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Boah. Also ich soll da hingehen und auf den Felsen schlagen. Das ist es, was ich tun soll. Und dann kommt Wasser raus. Crazy. Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Mose vertraut Gott. Er hat zu ihm geschrien in seiner Not. Er hatte keine Ahnung, was er machen sollte. Gott hat ihm hier etwas gezeigt, was er tun sollte. Es war nicht unbedingt etwas, wo man sagt, ja, das ist der Weg, wie man eine große Volksmenge mit Wasser Wasser zu trinken bringt. Aber es war Gottes Weg. Und Mose machte es so. Lass uns mal aufschlagen. 1. Korinther 10 Wie gesagt, 1. Korinther 10 bietet uns, Gottes Geist zeigt uns hier, wie wir diese Geschichten verstehen können, auch als neutestermündliche Gemeinde. 1. Korinther 10 Vers 11 Alles dies aber wieder vor jenen, nämlich dem Volk Israel, die ganzen Geschichten, die wir hier lesen im 2. Buch Mose, alles dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also das heißt, all diese Dinge, die wir lesen, haben mit uns auch zu tun. Sie haben eine Bedeutung für uns. Und Paulus erklärt es in Vers 1 Ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen, das Manna, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Krasse Auslegung. Kommt man nie drauf, wenn man die Geschichte liest. Wer sollte hier annehmen, dass dieser Felsen Christus ist? Das ist eine Offenbarung des Geistes. Paulus sagt, dieser Felsen war Christus. Und aus diesem Felsen heraus floss das Wasser, mit dem Gott das Volk Israel getränkt hat. Und wie ist es geschehen, dass das Wasser herauskam? Mose schlug mit dem Stab Gottes auf diesen Felsen. Lass uns mal Matthäus 26, Vers 31 lesen. Hier wird eine andere alttestamentliche Stelle, zitiert Jesus, eine andere alttestamentliche Stelle, und zwar in Bezug auf die Jünger, denen er voraussagt, dass sie alle ihn verlassen werden, alle auseinander getrieben werden und in Bezug auf sein Leiden. Darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Gott spricht und sagt, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Dieser Vers wird hier herausgezogen von Jesus und wird angewandt auf seine Situation. Er selbst ist dieser Hirte, der geschlagen wird und die Schafe der Herde, das sind die Jünger, die zerstreut werden. Jesus sagt, ich werde geschlagen werden. Aber nicht nur Menschen schlagen mich, nein, Gott ist es im Endeffekt, der mich schlägt. Das ist ein krasses Konzept, aber Jesus sagt es im Grunde selber. in der Geschichte war es Mose, der mit dem Stab auf Gottes Wort hin den Felsen Christus, wie uns Paulus sagt, geschlagen hat. Er hat den Felsen geschlagen und Wasser und Wasser kam raus. Lass uns jetzt mal Galater 3 lesen. Vers 10, Galater 3, Vers 10. Dort steht, alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Das sind gar nicht so einfach zu verstehende Sätze hier. Ich versuche es aber mal auf diese Geschichte zu deuten und anzuwenden. Paulus sagt, derjenige, der im Gesetz lebt, im Gesetz des Mose, muss man dazu sagen. Johannes sagt, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das Gesetz spricht, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn du aber das tust, dann bist du des Todes. Du bist verflucht. Ein Fluch liegt auf dir. Das Gesetz kommt also, ist eigentlich zum Leben gegeben, wie Paulus sagt, weil es uns den Weg zeigt, wie wir gutes Leben haben. Wenn wir so leben, wie das Gesetz sagt, dann leben wir in der Liebe und alles ist gut. Aber das Gesetz hat nicht die Kraft, uns zu solchen Menschen zu machen, die danach leben, sondern es sagt uns nur, wie der Wille Gottes ist, wie der Weg Gottes ist. Und es zeigt uns auf, was passiert, wenn wir nicht danach leben. Und dieses Aufzeigen dessen, was passiert, wenn wir nicht danach leben, führt dazu, dass wir, die wir von der Sünde beherrscht werden, dass das Gesetz uns Fluch bringt. Es verdammt uns uns weil wir es nicht halten können, weil wir nicht darin wandeln können, wir schaffen es nicht, wir versündigen uns täglich. Und deswegen, das Gesetz schlägt den Sünder. jetzt ist diese Geschichte von dem Felsen, der geschlagen wird, von Mose, genau das. Es ist ein Bild und wie gesagt, es erschließt sich nicht von selbst. Dafür braucht es den Geist Gottes, dafür braucht es eine tiefe Erkenntnis des Geistes Gottes zu sehen, dass es hier genau um das geht. Nämlich dass das Gesetz in Mose den Felsen schlägt, so das Wasser daraus fließt für das Volk. Gott schlägt mit dem Gesetz seinen eigenen Sohn. Er wird verflucht. Der Fluch des Gesetzes trifft ihn an unserer Stelle. Er ist für uns zum Fluch geworden. Ihn hat der Schlag getroffen. Er wurde geschlagen um unseret Willen. Und das ist auch diese Logik, dass ihn traf der Schlag, aber aus ihm heraus floss dann das Wasser, durch das das Volk gesegnet wurde. Das Volk war sündig, das Volk hat gemurrt, das Volk hat aufbegehrt, das Volk hat Gott auf die Probe gestellt. Das Volk wurde gesegnet, der Fels wurde geschlagen, Christus wurde geschlagen. Und wir sehen in Johannes 19 bei seiner Kreuzigung, als er gestorben war. Er sagt in Johannes 19 ab Vers 28 Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Interessant, ne? Er ging noch einmal in eine Zeit, wo ihm das Wasser fehlte, wo er Durst hatte, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig, sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist voll bracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und dann steht, dass ihm die Beine gebrochen werden sollten. Da kamen Soldaten im Vers 32 und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Der Fels wurde geschlagen, Blut und Wasser kam heraus. Das, was die Menge getränkt hat, dies ist mein Blut, trinkt alle daraus, dies ist mein Blut, das vergossen wurde zur Vergebung eurer Sünden. Er wurde geschlagen und wir trinken und werden satt, werden gesättigt, sind nicht mehr durstig. Und noch eine andere Komponente hier, wenn wir in Johannes 7 lesen, Johannes 7, Vers 37, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, es geht hier um das Laubhüttenfest, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Er ist der Fels, aus dem der geistliche Trank heraus fließt, das Wasser, von dem sein Volk trinken kann. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, noch mehr, das Wasser, was wir trinken, wird selbst zu einer Quelle in uns. So sagt das auch der Samariterin am Brunnen. Hier erklärt Johannes das Ganze aber noch einmal und das ist doch interessant. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und die Verherrlichung Jesu, wir denken in der Verherrlichung immer daran, wie er aufgefahren im Himmel, wie Johannes ihn dann später sieht in der Offenbarung, aber das, was Johannes eigentlich mit der Verherrlichung Jesu meint, ist das Kreuz, wo er für unsere Sünden gestorben ist, wo er es vollbracht hat, wo er unser Held geworden ist, wo er sich ganz hingegeben hat, für seine Gemeinde, für seine Braut, sich selbst hingegeben hat, in den Tod, selbst gestorben, damit wir Leben haben, sein Blut vergossen haben, hat erst da war er verherrlicht, erst danach kam dann der Geist für alle, die geglaubt haben und der Glaube kam mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Der Heilige Geist ist dieses Wasser, das aus ihm fließt, das ist seine Gegenwart. Wir haben es vorhin gebetet, als wir gebetet haben, als Männer auch nochmal, diese Erinnerung daran, was wir in den Sprüchen gelesen haben, er ist ein Freund, der uns näher ist als ein Bruder. Diese Liebesgemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist, der uns nahe ist, wie Mose das erlebt hat, sein Gott, der sein Freund war, er wurde Freund Gottes genannt, wie Abraham auch. Ich werde bei dir sein, ich bin immer bei dir, ja, ich bin sogar in dir, die dem Herrn anhängen, sind ein Geist mit ihm, sind so verbunden wie Mann und Frau, ein Geist. Das ist das, was meinen Durst stillt, seine Gegenwart in meinem Leben, den tiefen Durst meiner Seele, nur das kann es wirklich stillen, nichts anderes. Deswegen ist es so wichtig, zur Ruhe zu kommen, stille zu werden, weil in dem ganzen Getose unsere Seele das verliert, diese Sichtweise verliert. Wir verlieren uns in den Dingen, in dem Sichtbaren, wir verlieren uns in dem Sichtbaren, aber wir leben nicht in dem Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. Da ist unsere Hoffnung, in dem Geist Gottes, den du nicht sehen kannst und der dennoch ganz wirklich ist, ganz real, der manchmal auch spürbar ist. Sein Geist, sein Blut, davon spricht Johannes, er sagt, wenn wir im Licht wandeln, dann, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Du siehst das Blut jetzt nicht, es ist eine unsichtbare Realität, aber das Blut Christi ist dennoch real gegenwärtig. In dem Moment, wo wir ins Licht treten, aufrichtig werden, unsere Sünde bekennen, aufrichtig vor ihm, dann fließt das Blut und reinigt uns von jeder Sünde. Wasser und Blut traten hervor, als der geistliche Felsen geschlagen wurde und es fließt, um uns zu unseren Durst zu stillen, der Durst nach Heilung, nach Heilung unserer Beziehung zu Gott, unserer Heilung unserer Beziehung untereinander. Vergebung und Gnade, Versöhnung, das fließt aus ihm heraus und unser Durst wird gestillt nach Liebe, nach unverfälschter Gemeinschaft miteinander und dann die Gegenwart seines Heiligen Geistes, sein Heiliger Geist, der fließt, das Wasser des Lebens. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Unsere Sehnsucht nach Liebe, unser Mangel an Liebe, unser Durst wird gestillt in dem Felsen, der geschlagen wurde durch das Gesetz, was eigentlich uns getroffen hätte. Wir hätten alle geschlagen werden müssen mit dem Stab Mose. Aber Christus wurde geschlagen um unsere Willen und herausgeflossen ist Wasser, Wasser und Blut, damit unser Durst gestillt wird. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du dich hast schlagen lassen, um unseren Durst zu stillen, dass durch deinen Tod ist der Glaube gekommen und durch den Glauben ist der Geist Gottes gekommen in diese Welt, in unser Leben. Herr, lass uns das nie vergessen, lass uns immer wieder diese Erinnerung feiern. Nur durch deinen Tod haben wir Leben, wahres Leben. Nur durch deinen Tod wird im tiefsten Innersten unsere Sehnsucht nach Liebe gestillt, nach Versöhnung, nach Frieden mit Gott, nach Frieden miteinander, nur durch deinen Tod am Kreuz. Und das wollen wir jetzt feiern, wenn wir das Abendmahl nehmen gemeinsam, Herr. Wir nehmen es in Erinnerung an das, was du getan hast. Wir loben und preisen dich dafür und beten dich an, bitten dich, dass du das mal jetzt segnest, wenn wir es einnehmen. Amen.